Rewi, was willst du vor mir? Ich hab kein Respekt vor dir! Warum sollte ich dich haten? Kenne ich dich persönlich? Ach scheiße, die Guy juckt eh nicht, denn jetzt werde ich persönlich! Was ist denn los mit Minecraft Orbit? Warum kommt das nicht? Hast gemerkt, wie scheiße es ist? Ach schade, jetzt bringt's eh nichts! Rewi, was willst du von mir? Ich hab kein Respekt vor dir! Ey, du hast dich echt verändert, sorry, aber real! Bringst du noch Kack-Wallplay? Ey, das wird mir echt zu viel! Schalt mal nen Gang runter und bring endlich Master Builders! Da warst du auch gut drin, nur dass in der Facecam löst! Letztens hast du Minecraft Empire Trailer gebracht, doch wieso war Paluten auf dem Thumbnail angebracht? Jo Leute, ich hoffe euch hat dieses kleine Video gefallen! Das soll jetzt kein Hate gegen Rewi sein, ich feier seine Videos eigentlich sogar und finde sie recht unterhaltsam! Sorry, wenn das jetzt kein so halb produziertes Musikvideo war! Ich hatte einfach mal Bock drauf und war lustig! Ich hoffe es hat euch gefallen! Lasst eine Bewertung da, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Ciao!